Hallo lieber Jens. Hallo lieber Bernd. Schön dich zu treffen hier. Ja ebenso, ich freue mich. Wir hatten vor kurzem ein kleines Gespräch und da ging es um das Thema Ehrlichkeit. Und wow, du hast mich sehr zum Nachdenken gebracht, als du gesagt hast, das könnte mal ein Thema sein, wo wir darüber sprechen müssen, auf der Suche, wann ist es endlich vorbei. Was verstehst du unter Ehrlichkeit, Jens, dass wir bitte über das Gleiche reden? Kannst du das mit wenigen Worten sagen? Ich kann das kurz definieren. Ehrlichkeit bedeutet für mich, das sagen zu können, was ich auf der Zunge trage, das, was ich fühle in dem Augenblick, Ehrlichkeit bedeutet für mich, mich verletzlich zu zeigen und nicht eine Rolle zu spielen. Das ist für mich Ehrlichkeit. Ich habe sogar noch im Herkunftswörterbuch nachgelesen. In der Etymologie? Wow. Was ist es? Und das Einleuchtendste war das Gegenteil von Betrügerisch. Das Gegenteil von Betrügerisch. Mir geht es im Grunde genommen so wie dir. Da ist was entstanden in den letzten vier, fünf Jahren. Also seit 20, da ist was entstanden. Wir als Familie, ich als Person, ich als Mensch habe versucht aufzuklären, habe versucht, meinem Gefühlausdruck zu verleihen, dass da was nicht stimmt. Und dieses, da stimmt was nicht, ist über die Jahre jetzt, wow, hat sich ausgedehnt. Nicht nur in diesem medizinischen Bereich, sondern in allen Bereichen hat sich das ausgedehnt. Und mir ist das aufgefallen, wie du es auch sagen kannst. Das heißt, ich bin etwas vorsichtiger, wo ich was sage. Nicht, wenn ich auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte, wo man wissen will, was ich denke und wo ich stehe. Wo mir Leute einen Abend schenken, indem sie kommen, um zuzuhören und auch noch Geld dafür bezahlen, zum Beispiel. Aber ich merke, im Freundes-, im Verwandten-, im Bekanntenkreis sage ich nicht mehr alles, was ich denke. Ich halte zurück, weil dieses Gefühl jetzt immer mitschwingt, ich erreiche viele Menschen nicht mehr. Ich erreiche sie nicht, weil sie anderen Glaubens sind, was Politik anbetrifft, was unsere Juristen anbetrifft, was unsere Mediziner anbetrifft, was unsere Politiker allen voraus anbetrifft. Und ich sehe das anders, aber ich bin müde, es kundzutun in dem Wissen nicht oder in der Vermutung. Ich erreiche die Menschen nicht. Da ist die Frage, ist das noch ehrlich, was ich da mache, indem ich gar nichts sage, ganz oft gar nichts sage? Ist das noch ehrlich oder ist das nicht ehrlich? Ich denke, das kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Weil du mit zu viel Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit im Sinne von, du sagst halt Menschen, bei denen du weißt, dass sie da überhaupt nicht darauf anspringen oder sogar eine komplett konträre Meinung dazu haben. Wenn du denen die ganze Zeit Dinge sagst, von denen du weißt, dass es spaltend ist, dann erreichst du damit ganz sicherlich keine Nähe und keine Verbindung, sondern mehr Spaltung und mehr Trennung. Und deswegen ist, glaube ich, diese Abwägung schon verständlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber auch häufig, ob es nicht besser wäre, das einfach rauszuhauen, weil sich daraus dann ja die Wahrheit ergibt, ob diese Menschen überhaupt noch zu dir passen. Weil wenn du die Sachen für dich behältst, dann wird zwar die Verbindung dadurch zunächst mal nicht gefährdet, aber die Frage ist ja, möchtest du grundsätzlich mit Menschen in Verbindung bleiben, bei denen du eben nicht frei sagen kannst, was du denkst? Es ist eine Abwägung, die schwierig ist, vor allem, wenn es um die Familie geht. Ja, wenn es um gute Freunde geht, um alte Freunde geht, um gemeinsames Leben geht. Jens, aber auch wenn es darum geht, alles ist eins und wir sind eine Menschheit und ein Lebensprozess auf dieser Erde, in diesem Kosmos. Wir sind ja mit allem verbunden. Also ich bin sehr dankbar, dass du dieses Thema beim letzten Mal in den Raum gestellt hast, wo wir Kontakt hatten und dass wir darüber sprechen. Denn wir Menschen und alle, die uns zugehören, die sollten darüber nachdenken. Im Augenblick bin ich der Meinung, dass ich wieder mehr sagen werde in diesem Denkprozess darüber, ob das ehrlich ist, nichts zu sagen. Denn wir hatten das Thema mit meinen Großvätern und das Thema Krieg in einem der letzten Zooms. Und also im Grunde genommen meine Ahnen, mein Vater, meine Großväter, die dieses Thema Krieg hautnah erlebt haben, die sagen zu mir, mach den Mund auf. Und ich spüre die manchmal hinter mir. Weil die Basis jeden Krieges erstmal die Lüge ist. Ja. Der Krieg entsteht aus der Lüge heraus. Ja. Und das, was ganz breit stattfindet im Augenblick, ist Lüge und ist die Unwahrheit. Und das ist betrügerisch und nicht ehrlich. Es gibt, glaube ich, auch dieses Sprichwort, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau wiedergegeben habe. Aber ja, und die Frage ist, was wird da bewusst gemacht und was ist unbewusst? Ich bin so in Resonanz gewesen, Jens, mit diesem Thema, dass ich auch, ich hätte bald gesagt, rein zufällig. Es ist mir wieder zugefallen, von Hannah Arendt, Philosophin, der Name sagt dir was, einen kleinen Text gelesen habe. Ich lese ihn dir mal vor jetzt. Oder ich lese ihn allen, die zuhören, mal vor. Diese ständige Lügen zielt nicht darauf ab, das Volk eine Lüge glauben zu machen, sondern darauf, dass niemand mehr irgendetwas glaubt. Ein Volk, das nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, kann auch nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Und ein solches Volk, das sich seiner Macht zu denken und zu urteilen beraubt sieht, ist auch, ohne zu wissen und zu wollen, dem Gesetz der Lüge vollständig unterworfen. Mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will. Sehr kluge Frau, ja. Ja. Ja, besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Ja. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, nee, andersrum. Ich habe neulich mal ein Zitat gelesen, das hieß, es kann nichts Besseres passieren, als das, was passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst oder ob ich das sogar schon mal in einem anderen Zoom verwendet habe. Aber das bringt für mich bei dem Thema sehr schön auf den Punkt. Wenn du deine Wahrheit sprichst, das, was für dich richtig ist, ja, dann kann aus der Vogelperspektive heraus nichts Besseres passieren, als das eben, was passiert, wenn du sie sprichst. Das bedeutet, dass selbst wenn das, wenn da etwas passiert, was dir nicht gefällt, weil Menschen sich plötzlich von dir trennen, mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, dich denunzieren, was auch immer. Dann ist das immer noch besser als das, was passieren würde, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst. Und das ergibt Sinn für mich, weil für mich das gesamte Leben und das gesamte Universum und alles auf Wahrheit ausgerichtet sind. Und dennoch ist es eine Herausforderung in bestimmten Situationen, und das kenne ich auch sehr gut, die Wahrheit zu sprechen. Aber ich habe das auch geübt. Also ich habe das zum Beispiel mit kleinen Sachen erst mal geübt. Also im Restaurant, wie hat es geschmeckt? Gar nicht gut. Da ist erst mal der Kellner total geschockt. Und es ist einfacher zu sagen, ah, war super. Rechnung bitte. Und sich zu denken, ah, da gehe ich nie wieder hin. Aber am Ende verlieren da alle. Ich, weil ich da nie wieder hingehe. Und das Restaurant, weil sie keine Kritik bekommen, mit der sie irgendetwas verbessern können. Das heißt also, da im Kleinen kannst du lernen, die Wahrheit zu sprechen. Du kannst auch lernen, die Wahrheit zu sprechen an dem Punkt, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich erwische mich selbst immer noch dabei, dass ich dann im ersten Reflex auf gut sage. Und dann aber, nee, ehrlich, also so gut geht es mir gerade gar nicht. Und dann auch erzähle, was mir auf der Seele brennt. Ja. Und daran und damit kann man das wunderbar üben. Ich kenne das auch. Bei unserem Pferdeseminar, wo du einen kleinen Einblick drin hattest, in den Führungskräftetrainings, in Teamtrainings. Da ist das Thema, wir wirken immer. Die Frage ist wie, ja, ein Thema. Und ich werde ganz oft gefragt, im Seminar, Bernd, wie wirke ich auf dich? Und ich habe oft gedacht, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe mit diesen Themen, wenn ich es ganz ehrlich sage, verliere ich einen Kunden. Weißt du so. Und das habe ich vollkommen aufgehört. Wenn einer von mir wissen will, wie er auf mich wirkt, dann sagst du es. Dann sage ich ihm das. Das habe ich üben müssen. Und das habe ich auch gelernt zu sagen, wenn ich weiß, das tut ihm jetzt im ersten Augenblick weh. Aber wenn er mich fragt, muss ich voraussetzen, dass er auch die Wahrheit hören will. Und dann sage ich ihm das. Aber weißt du, im Umgang mit Kindern, mit Menschen, die man lieb hat, da will man nicht verletzen, da will man nicht wehtun. Und dann hält man, glaube ich, immer mal wieder was zurück. Wobei es, wenn du das jetzt gerade so erzählst, wirklich verrückt ist. Warum? Für wen hält man das zurück? Es geht doch darum, durch konstruktive Kritik zu wachsen. Es kommt ja immer darauf an, wie du es kommunizierst. Ob es toxisch und verletzend ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Kiste. Weil dann hat es schon wieder auch, dann ist es vielleicht gar nicht mehr wirklich Wahrheit, sondern auch eine bosartige Absicht, dich zu verletzen. Oder den anderen zu verletzen. Aber wenn du jemandem ehrlich sagst, du, Entschuldigung, aber das geht gar nicht für mich. Und ich erkläre dir jetzt auch mal, warum. Und derjenige dann darauf komisch reagiert, ist das ja überhaupt nicht dein Problem, weil du ja die Wahrheit gesagt hast. Sondern es ist dann erstmal die Aufgabe des anderen, sich das anzuschauen und sich zu fragen, warum fühle ich mich dadurch eigentlich getriggert? Ja. Ich habe wirklich durch solche Kritiken auch sehr gelernt und bin heute dankbar dafür, wenn ich sie bekomme, unter eines meiner allerersten Videos, die ich damals noch für den Rubikon gemacht habe, hat jemand drunter geschrieben, ich würde aussehen wie ein Pastor, der immer schon mal ins Fernsehen wollte. Und im ersten Moment denkst du natürlich irgendwie, unerwart, was bildet der sich ein? Und dann habe ich mir die Videos angeguckt und habe gedacht, verdammt, der hat recht. Und habe an mir gearbeitet und habe Dinge verändert. Ich kann mich rückwirkend in meinem Leben an keine einzige konstruktive Kritik erinnern, die mir im Nachhinein irgendwie geschadet hätte. Im Gegenteil, das sind die Dinge gewesen, die mich weitergebracht haben, die mich stärker gemacht haben, die natürlich meinem Ego nicht gefallen haben oftmals, aber die, wenn ich es aus der heutigen Perspektive sehe, da muss ich ehrlich sagen, bin ich total dankbar für. Ja, kann ich gut verstehen. Aber dazu ist ein Umdenken notwendig. Dazu ist es notwendig, nicht in diese Ego-Falle zu tappen und sich nicht auf der Ebene auf einen Kampf einzulassen. Kann man machen, habe ich auch oft genug in meinem Leben gemacht. Passiert mir auch immer noch mal. Eher selten, aber passiert. Und wenn es mir dann passiert, ist aber das Schöne, dass ich es mir bewusst mache und dann die Energie da abziehe und in was anderes stecke. Gut. Also wir haben gerade einen kleinen Lehrmeister. Du hast ihn ja auch kennengelernt. Der Oskar, der ist fünf Jahre alt. Wow, der ist so strack raus. Der Oskar ist ehrlich und wir sprechen da viel drüber und das ist einfach genau so, wie es sein soll. Er sagt es auf den Punkt genau, was ihm stinkt, wo er nicht mitmacht. Er hat ein ganz klares Nein und ein klares Ja. Manchmal denkt man schon, zügel dich so, so sind wir nicht erzogen worden. Ja. Aber genau das fehlt der Welt gerade. Genau. Diese direkte, offene Ehrlichkeit und nicht mehr dieses Rollenspielen. Und weißt du, ich muss gerade dieses Gespräch, ich muss es wohl mit dir führen auch und musste jetzt die Tage da so intensiv drüber nachdenken, weil ich ja vor Monaten angefangen habe, du erinnerst dich, an ein altes Kirchenlied zu erinnern und die Leute aufzufordern, sag doch diese Sprache ein zweimal am Tag auf. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Weißt du, es nutzt nichts, dass wir es von unseren Politikern verlangen und dass wir es von unseren Systemen erwarten, dass sie durch und durch ehrlich sind und halten selber womöglich mit der Wahrheit zurück oder sind mit der Wahrheit vorsichtig. Du hast es ja selbst eben gesagt, wir sind ja mit allem verbunden. Das System ist ja nicht außerhalb von uns. Wir sind ja ein Teil dieses Systems. Und da sind wir ja wieder genau bei dem Punkt, was kann jeder Einzelne beitragen zu diesem System, um es ehrlicher und besser zu machen. Indem zum Beispiel jeder Einzelne bereit ist, seine Wahrheit zu sprechen. Und auch zum Beispiel Meinungsfreiheit ist auch so eine Sache. Meinungsfreiheit funktioniert nur, wenn möglichst viele Menschen diese Meinungsfreiheit auch nutzen und die Meinung sagen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es Gegenwind gibt. Auch dann die Meinung zu äußern. Nur wenn die Meinungsfreiheit genutzt wird, wird die Meinungsfreiheit erhalten bleiben. So ist es mit Freiheiten. Hans, lass uns eine Lawine lostreten. Die Wahrheitslawine. Lass alle, die jetzt zuhören, es üben, trainieren und durchziehen, ihre Meinung, ihre Wahrheit zu sagen, auch mit dem Restrisiko, dass sie irgendjemandem nicht gefällt. Ja, ich mache das mittlerweile in fast allen Bereichen meines Lebens. Das ist übrigens auch Teil meiner persönlichen Heilung gewesen. Also ich hatte ja 2012, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich habe es schon mal im ein oder anderen Interview gesagt, eine Diagnose Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Und der Arzt hat mir dann halt gesagt, ich soll Tyroxin nehmen. Und was soll ich sagen? Also ich habe bis heute und wir haben jetzt 2024 nicht eine einzige Tablette genommen. Mir geht es gut. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir angeschaut, was psychosomatisch bei Hashimoto steht. Und es war, dass ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe. Dass ich nicht gesagt habe, was ich denke. Dass ich oftmals ein Leben geführt habe bis zu diesem Zeitpunkt, was nicht mein Leben war. Sondern was das Leben war, wo ich dachte, das ist das, was andere von mir erwarten, dass ich so zu sein hätte. Und damit habe ich aufgehört. Und das heißt nicht, also man muss das wirklich üben. Das ist eine wirkliche Übungssache. Immer und immer wieder. Aber ich hatte zum Beispiel heute so eine Geschichte mit einer Versicherung. Da habe ich mich echt geärgert, weil es ging darum, einen Vertrag aufzulösen. Und ich habe das aber zehn Tage zu spät gemacht. Und jetzt kann ich das erst in einem Jahr machen. Und ich habe irgendwie gedacht, das gibt es doch nicht. Was soll das denn jetzt? Also wie kann das nur so unflexibel sein? Und dann hat mir der Versicherungsvertreter geschrieben nach dem Motto, ja, das wäre nun mal so. Und ich habe dann einfach ehrlich kommuniziert, ich finde das verdammt unflexibel und ich kann es nicht nachvollziehen. Das hätte ich vor 15 Jahren noch nicht gemacht. Da hätte ich das Spiel mitgespielt. Ja. Und hätte gesagt, okay, ja, vielen Dank. Ach, schade, geht dann halt nicht. Heute sage ich, was seid ihr für ein unflexibler Haufen? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Es ist doch mein Geld, was da drin liegt. Warum kann ich da nicht jetzt, wenn ich es brauche, Zugriff drauf haben? Wegen zehn Tagen funktioniert es nicht mehr. Wie unflexibel kann was sein? Ich sage es. Ich habe nicht die Erwartung, dass die Versicherung dadurch irgendwie ihre Statuten ändert. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, die Wahrheit zu sprechen. Was fühlst du in dem Augenblick und nicht dieses Spiel mitzuspielen, wo dann am Ende die Lüge gewinnt? Ja. Und es passiert ja noch was. Wir sind uns selber gegenüber ja auch nicht ehrlich in diesem Augenblick. Letztendlich lügen wir uns selber. Wir betrügen uns selber. Ja. Jens. Du hast das Thema angeregt. Und mir wird immer klarer, das wird zur neuen Welt dazugehören. Wenn die alte, verlogene Welt aufhören soll, dann müssen wir auf der Stelle anfangen, noch ehrlicher zu sein und die Wahrheit zu sprechen. Und die Wahrheit aber des Anderen lernen, auch zu respektieren. Absolut. Und da einen möglichst weiten und großen Korridor zu haben. Und das haben wir ja auch ganz oft, wo ich dann auch immer denke, so ein Beispiel jetzt auch aus der Arbeit bei Fairtalk oder so, dass Menschen, die, keine Ahnung, jahrelang uns geschrieben haben, ihr seid toll, macht weiter so, ihr habt uns über die Pandemie gerettet und danke, dass ihr das macht. Und dann kommt einmal ein Thema, was denen nicht gefällt. Und dann kommt sofort, ich bin raus, ich habe keine Lust mehr. Dann denke ich immer, ja gut, dann geh. Also, was soll ich machen? Es gehört zu unserem Spektrum, also zu unserer Wahrheit dazu, dieses Thema so anzugehen, wie wir es gemacht haben. Aber die immer geringer werdende Toleranz ist auch etwas, was dazugehört. Also auch dafür zu werben, tolerant zu bleiben, aber natürlich nicht nur einseitig, auch von unserer Seite tolerant zu bleiben. Es gehört genauso dazu. Weil nur über diese Toleranz am Ende auch wieder diese Spaltung reduziert werden kann. Und das müssen wir wieder so richtig üben. Wir müssen wieder richtig üben, im Diskurs miteinander zu sein und es auszuhalten, dass du in bestimmten Punkten eine andere Wahrheit hast, als ich sie habe. Das müssen wir wirklich lernen. Also wir müssen gar nichts. Es gibt diesen schönen Spruch, einen Scheiß muss ich. Es wird uns gut tun. Du weißt, was ich meine. Es wird uns gut tun, genau. Es wird uns gut tun, das wieder zu kultivieren. Und auch das kann jeder Einzelne tun. Nicht sofort die Schotten dicht machen, sondern sagen, okay, ich höre da jetzt mal zu bis zum Ende, auch wenn das für mich, was derjenige da erzählt, ich kaum ertragen kann. Hast du gut gesagt. Ja, das fehlt uns ganz stark. Und das wünsche ich mir sehr. Wieder eine höhere Toleranz. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Ich sehe zur Zeit viele gute Dinge und ich sehe auch, Jens, ich sehe auch, wie überall die Wahrheit sich den Weg bricht, gerade, wie sie den Kopf rausstreckt, wie sie sich zeigt und wie sie Licht sehen will. Das sehe ich auch. Aber gleichzeitig ist ja spannend, wie viel Fake unterwegs ist, wie viel die künstliche Intelligenz alleine Jens, die können heute unser Interview laufen lassen und wir sprechen über was auch immer, ja, über 14 von afrikanischen Schimpansen, eine ganze Sendung und man denkt, wir haben das wirklich gesprochen. und was ist aber, was ist, was ist sozusagen die Essenz daraus, die Essenz ist daraus, die eigene Intuition wieder zu schulen und zu fühlen, was ist wahr und was ist unwahr. Genau. Und dafür ist das alles da, weil die künstliche Intelligenz ist auch nicht nur schlecht. Ich habe mich neulich bei einer Fairtalk-Staffel mit einem Gast unterhalten, der mir erzählt hat, was er alles mit künstlicher Intelligenz macht und für sein Business, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das wird zu weit wegführen von unserem Thema, war das total faszinierend. Der hat dadurch ein total entspannteres Leben, weil er die künstliche Intelligenz einsetzen kann in seinem Bereich. Das heißt also, auch da ist wieder nur dieses Verteufeln von, uh, das wird uns, die künstliche Intelligenz wird uns versklaven. Ja klar, in allem liegt ja immer auch die große Gefahr der dystopischen Variante. Aber es liegt in allem auch immer die Chance der utopischen Variante. Und hier sehe ich das so, dass bei der künstlichen Intelligenz wir gefordert sind, unsere Intuition wieder zu schulen. Kann das wirklich sein, dass Bernd Osterhammel und Jens Lerich sich über Affenfürze unterhalten haben? Wer das glaubt oder glauben will, der will das eh glauben. Und wer aber bereit ist, das zu hinterfragen und zu sagen, nee, das ist irgendwie komisch, irgendwas stimmt da nicht, der wird spüren, okay, hey, da stimmt was nicht. Der trainiert seine Intuition und der weiß, dass wir das nicht gesagt haben. und ich glaube, darum geht es bei diesem Thema auch ganz stark. Die Intuition, das Bauchgefühl. Mit Sicherheit. Jens, wenn ich zum Anfang zurückkehre, dann geht es darum, wenn wir wollen, dass es vorbei ist, was jetzt stattfindet, dass wir uns selber fragen, war ich gerade ehrlich oder betrügerisch? Und, wenn ich deine Geschichte sehe, wenn ich selber nicht meine Wahrheit spreche, werde ich irgendwann ein körperliches Symptom entwickeln. Sehr wahrscheinlich im Halsbereich, im Stimmbereich, wo auch immer. Vielleicht schlägt es auch auf den Magen und es ist im Magenbereich. Man weiß es nicht. Es ist halt unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Ja, du wolltest das Thema besprechen, bist du zufrieden? Ja, sehr. Ich habe so das Gefühl, dass das wirklich ein Kernthema ist und es auch ein Thema ist, dass jeder in sein Leben integrieren kann und das wirklich zu einem großen Gewinn für alle führt und es auch dieser Effekt ist von, man wirft ein kleines Steinchen ins Wasser und es zieht größere Kreise. Es gibt da ja in dem Zusammenhang ganz viele Übungen, also sowas auch wie, man soll jeden Tag eine Sache tun, vor der man Angst hat. Zum Beispiel mal fremden Menschen die Wahrheit zu sagen. Könnte eine Aufgabe an einem Tag sein oder auch an mehreren Tagen. Und ich erlebe das ja, ich erlebe das ja auch in meinen Coachings und in meinen Workshops, dass dieses Wahrheit Sprechen bei dir selbst anfängt, wer bist du überhaupt? Also das heißt, ist die Geschichte, die du dir erzählst, wer du bist, überhaupt die Wahrheit? Und viele erkennen immer mehr, das ist gar nicht die Wahrheit. So war es ja bei mir vier Jahrzehnte auch. Ich habe mir eine Geschichte erzählt, wer ich bin. Und das war die Geschichte, die aus den Erwartungen der anderen gemischt wurde, die ich verkörpert habe. Und dann habe ich damit angefangen, meine Wahrheit zu sprechen und auch zu leben. Und das ist das, was ich heute Menschen zeige und was dann entsteht. Und das wirst du auch kennen in der tollen Arbeit mit den Pferden und mit den Menschen. Da ist dann dieses Strahlen plötzlich da. Da muss man gar nicht mehr kommunizieren und sprechen. Da schaut man sich einfach nur noch an und weiß, wow, da ist richtig was passiert. Und zwar ist da was passiert, was so elementar ist, dass man es von dem Augenblick an nie wieder vergessen wird. Natürlich gibt es immer, das wirst du auch kennen, dass auch ich immer wieder diese unbewussten Momente. auch ich erzähle den Menschen schaut keine Nachrichten, schmeißt den Fernseher raus, lasst diesen ganzen Müll einfach weg und erwische mich selber dabei, wenn ich durch Hamburg fahre, dass wenn auf irgendeiner großen Ströer Digitalleinwand irgendeine Nachricht durchläuft, die mich triggert, dass ich mich davon triggern lasse. Der Unterschied ist nur, ich habe es trainiert, es schnell zu merken und nicht in dieser Energie zu bleiben und das ist am Ende das, worum es geht und was ich auch gerne weitergeben möchte mit meinem Präsenzcoaching oder auch mit meinem Präsenzworkshop, der übrigens Ende September in Hamburg stattfindet, zwei Tage, 28. 29. und wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Es werden auf jeden Fall zwei großartige Tage. Kleiner Werbeblock an der Stelle. Aber es passte gerade so gut. Es war ehrlich. Genau. Es war deine Wahrheit, auch auf deine Arbeit hinzuweisen und das ist auch gut so. Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, das müssen wir immer wieder tun, weil wir dadurch ja Resonanzfelder auch schaffen und so Menschen dann auch zu uns kommen, die dann tatsächlich auch bereit sind, ihr Leben in Klarheit zu bringen und zu leben. Das ist ja das am Ende, worum es geht. Wahrheit oder Klarheit, das sind ja fast identische Begriffe. Wenn ich meine Wahrheit lebe und wenn ich meine Klarheit lebe, aber es geht erst mal darum, diese Klarheit zu finden, um dann die Wahrheit leben zu können. Also mir klar darüber zu sein, wer bin ich wirklich? Wofür bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ja, kann ich auch nur jedem Menschen empfehlen, nicht aufzuhören, zu forschen und seinen Platz im Leben zu finden. Ich habe mit 47 den Cut machen müssen und vollkommen neu angefangen und denke eigentlich nicht viel über Rente nach und weil es einfach meine Berufung ist, das zu machen, was ich jetzt mache und da bin ich mir gegenüber auch Gott sei Dank irgendwann ehrlich gewesen und habe das ähnlich wie du erkennen müssen. Ich lebe irgendein Leben, aber nicht meins. Deshalb war ich gummischerweise nicht auf die Welt gekommen, um das zu machen. Obwohl im Nachhinein das eine gute Ausbildung war für all das, was ich jetzt mache, was ich vorher gelebt habe. Es war also auch wichtig und ich kann das so annehmen. Ja, lass uns ehrlich sein, lass uns die Wahrheit sprechen. Du meinst, wir machen jetzt Feierabend, das ist jetzt unsere Wahrheit. Obwohl es noch so viel zu besprechen gebe zu dem Thema. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge dazu, aber erst mal fühlt es sich rund an jetzt. Und ich danke dir sehr, dass du da auch gesagt hast, das Thema müssen wir machen und da auch dran geblieben bist. Ich meine, wir haben so viele Themen, über die wir sprechen könnten. Ja, und jeden Tag aktuelle und neue und aber sie werden ja auch alle besprochen und es wird ja Zeit, dass wir unsere Energie immer mehr dahin lenken, wo wir hin wollen und das ist in Richtung Wahrheit und was sollen wir noch über all die Dramen sprechen, die in der Welt sind, die sind da und die brauchen nicht noch unsere wertvolle Energie, dass wir konstruktiv an der ehrlichen, an der heilen Welt arbeiten. Also wann ist es endlich vorbei, wenn alle zu meinem Workshop kommen? Nein, wenn alle die Wahrheit sprechen. Sehr gut. Ich danke dir, Bernd. Ich danke dir, es war schön mit dir und danke an alle Zuhörer. Danke euch ganz herzlich und wir sind sehr gespannt auf eure wahrhaftigen Kommentare unter diesem Video. Wir freuen uns drauf und freuen uns aufs nächste Mal und gute Nacht, lieber Bernd und wie immer bis ganz bald. Gute Nacht allen. Seid behütet. Tschüss. Tschö. 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 Yay. Tschö.